Musik 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 Natürlich möchte ich zum Friedhof. Wohin denn sonst mein kleines Bier? Gut bewaffnet geht's jetzt weiter. Ja, gut bewaffnet ist eigentlich was anderes, aber ich finde es los. Unser Problem jetzt in dem Dungeon war, dass wir halt immer Energieknapp heute haben. Immer noch. Naja, jetzt haben wir einen Vollbalken, zwei Tränke und einen Roh. Aaaaah! Aaaaah! Alter! Was ist los? Ich hab schon Hals hier und dann noch... Ständig so, ah du Pussy. Ach, jetzt fangt sich schon wieder ein Alkoma auf dem Spiel hier. Ey, hast du das... Hast du das Auge? Nö, lass mich durch. Ey, hast du das Auge? Ey, hast du das Auge? Ey, hast du das Auge? Halt's Maul. Ich bin mir noch eingegangen. Lass das Auge kurz sagen. Ey, hast du das Auge? Pfff. Ich sag mal nochmal, toben. Das Gute ist, dass wir nicht so weit entlaufen müssen. Das ist so. Das stört mich noch nicht mal. Ich wollte mir das nicht sagen. Warte, aber ich war doch schon ziemlich weit, oder? Ja, aber ich hab's schon gefunden. Ja. Der ist auch geschlossen. Der ist auch geschlossen und fast. Ja, guck mal. Hast du das Auge? Ja, das kriegen wir schon hin. Ach. Was war denn noch beim Läckig? Uaaaah! War das ein Geil? Au! War das ein Geil? Warum? Was kann denn der? Komm mal lieber den durch. Ich merk das schon. Also die Hexe war doch nicht. Ich lenk dich nicht auf die Digseite. Ich lenk dich nicht auf die Digseite. Da kannst du gar nicht denken. Ich kann wohl sein. Ich hab dich in Wasser auf der Bühne geschockt. Ich hab Glück, dass ich da war. Ich hab Glück, dass ich da war. Das sind meine Augen so blödsbezielt. Das sind glänzige Geil? Was ist die Niin? Was hätte schög, dass ich das keinen Boss sch scappe? Wir sehen uns. Ich hab mich kurz auf die Doe erschossen. Nein, Königersprinke, Morgi! Achtung, da kommt gleich ein Laser! Halt die Klappe, ich brauch Leben! Wenn mich die Stille nicht hier ablenkst, bitte halt die Zuschauer, weil die Mannschaft hier doof hier umzusitzt! Aber dann doch, wenn ich schon komische Geräusche von Titeln... Tod! Alter! Laser, da kommt jetzt noch einer runter, der kann durchgehen. Ich spiel's hinterher. Echt? Ich weiß! Ich werde nicht noch oft genug... Ach, bist du auf dieses Scheißding hier? Durch! Das Scheißding? Durch! Achtung, Feuerviech! Mach's mit, du mal! Ich hab keinen Geschmack, so wie du sagst! Ich werde mich jetzt noch ein paar Mal umregen, und dann geh ich! Ja, dann gib ab! Echt! Hallo! 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 Hallo, Feuer! Hallo! Hallo, Feuer! Hallo! Hallo, Feuer! Hallo! Hallo, Feuer! Hallo! Ah ja. Und selbst auch können wir noch Turnbull. Keine Bombe. Keine Bombe. Bombe. Nein, auch nicht. Bombe. 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 Immerhin, soll ich noch mal Spannung machen? Oh nein, hör auf. Wenn du jetzt da uns abschüttest, musst du den ganzen Weg noch mal von vorne latschen, oder? Oh nee. Das ist okay. Du kannst wieder zurück latschen. Meinst du? Jo. Soll ich den noch ein bisschen Spannung machen? Du machst es schon spannend genug. Es ist so spannend, wie ein Flitzebogen der angezogen wird und bald zerreißt und kaputt geht. Aber ich könnte es noch spannender machen. Aber ich könnte es noch spannender machen. Ich muss noch spannender machen, dann bringst du den Spannungspoben. Du musst an der Ecke stehen und dann, wenn er stehen bleibt, musst du einfach so weit gleiten. Ja. Ach so. Alles. Schafft. Super gleiten. Ja. Ich brauche aber hier. Ja. 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 Aufstehen und wieder zusammen klicken. Nein, ich will keinen Scheiß von dir. Ja, ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir. Ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir. Ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir, ich will keinen Scheiß von dir. Oh nein, ich kann's das Auge dabei ausmachen. Ja, ich mach das jetzt so. Nee, ist okay, mach doch, ist okay. Nein, danke. Komm her, Dino. Sein Augefuck, das hört mir jetzt erst gerade aus. Da ist noch zwei Mal drin. Aber ich möchte noch zwei Mal spielen. Jetzt noch zwei Mal. Jetzt da, da, da. Nein, das reicht doch. Ja, ich hab mich verzehrt. Was kann denn die Plattform, die du dauerst? Waaah! Ah, das ist dann die Plattform, die du dauerst. Nein, das kehre nichts. Spiele so wie ich im Wasser-Tempel. Knapp, aber fair. Knapp, aber fair. Nichts übertreiben. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, Martin. Kriegst du Angst? Du hast genauso wenig Bock auf den Tempel als ich. Ja, 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 ja. Gib ihm ein paar Herzen, dem Jungen. Das wird wegen, Schatz. Krieg ich ein Herzinfarkt? Warum das denn? Ich weiß nicht. Mein Herz pumpt momentan ganz, ganz wild. Weil ich auf diesen Tempel so viel Bock habe. Mal weiß, wie scheiße die Gerudo-Festung wird. Es war damals schon scheiße, da reinzukommen. Jetzt haben wir den Masterclass. Das reinkommen. Ah, durch die Schleifpassage. Ja. Oh nein, es wird zwei Teile. Ne, das wird auch ein Teil über mir. Die Gerudo-Festung wird hart. Oh, ey. Wow. Zombies. Ich weiß. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Leise durchgeschickt. Tup, tup, tup. Siehste, er hat mich nicht gesehen. Mach zum Auge. Was willst du? Ich brauche das Auge. Jetzt bist du auf der Plattform. Du würdest den Rat nicht von mir hören. Nein, will ich auch nicht. Gut. Ich schreib ihn drunter. Vergiss aber, dass ich jetzt so scheiß Gummistiefel habe. Naja, es sind so... Gummistiefel. Gummistiefel sind grün. Die sind eher so... Pisch. Den Tempel hab ich ja jetzt noch vor mir. Oh nein. Ein Nachttempel. Oh nein. Richtig. Echter Boss. Oh, ich werde ihn wieder zugestürzen. Oh, ich werde ihn wieder zugestürzen. Mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr in den Stiefel zu wechseln. Wir kommen im Club. Hä heh 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 heh. Da trau mich nichts Besseres zu tun habt ihr. Das spinne doch. Nein, ich hab mich nicht gesehen. Rauschtür. Ach, weißt du was? In den Ventilator rein. Nein, das kann ich nicht. Doch, kannst du. Entsaugen. Alles. Link, du Doofkopf. Geil. Das ist Anlockpunkt. Ja, das geht. Das sind auch die Schuhe. Der hat gleich solche Arme. Kennt ihr? Das hört mich aus, weil der Ventilator vor mir ist. Ach so. Du bist ein Honk. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Sorry. Das ist doch ein Witz. Was ist da hinten drin? Das ist... Ich ziehe die Schuhe aus. Oh nein. Und eine Skulptur. Schuhe aus. Was? Ihr kriegt die Klinik weg, ihr stinkers. Die beten auf die Skulptur an. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Scheiße. Ich hab's doch beschafft. Ich hab's doch beschafft. Ich hab's verpassen. Skulptur anrufen. Was? 20. 20. 20. Hast du das Auge der Wahl jetzt benutzt? Nein. Nein. Hahaha. Ich hab's doch offensichtlich bewiesen. Hahaha. Link. Er kommt zur Town. Kommt zur Save. The Princess Zelda. Garnet Poker away. Now the children don't play. But they will. When Link sees the day. Halleluja.